Hey, wir haben als Junge Union Deutschlands in den letzten anderthalb Jahren unser Social Media Game auf das nächste Level gebracht. Zum Beispiel mit dem Pitch unserer Castingshow für die drei Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz. Aber natürlich auch mit unseren Formaten zu den Bundesparteitagen Leipzig Live aus Leipzig und direkt aus dem Wohnzimmer die Wegen Morgen WG. Die Kollegin hier war auch dabei beim Superwoman Day. Es gab aber natürlich auch noch vieles mehr. Nicht nur die großen Shows, sondern auch unser Magazin, die Deutschland hält, Zusammenschau, wo wir euch in der Corona-Krise mit den Informationen aus den Regierungszentralen auf dem Laufenden gehalten haben. Corona nimmt langsam zum Glück sein Ende, aber die professionelle Social Media Arbeit der Jungen Union Deutschlands soll natürlich weitergehen. Und dafür brauchen wir dich. Wenn du Mitglied in der Jungen Union bist und Ahnung von Social Media hast, dann bist du bei uns richtig. Komm in unser Team, wenn du Ahnung hast vom Videoproduzieren, vom Videoschneiden mit einer Kamera umgehen kannst, im Grafikdesign oder beim Anzeigenschalten. Wenn du Formate konzipieren, Regiepläne schreiben kannst, Moderationen entwerfen. All das brauchen wir für unsere professionelle Arbeit hinter der Kamera. Aber natürlich brauchen wir dich auch vor der Kamera. Es wird weiterhin viele Formate geben, viele Videos und vielleicht stehst du dann schon bald hier am Moderationspult und moderierst ein Online-Format der Jungen Union Deutschlands. So wie wir hier im Studio. Dort geht es los. Dankeschön, denn hier produzieren wir oft unsere Formate für die Jungen Union Deutschlands und du bist vielleicht schon bald dabei. Es gibt einiges zu tun. Die Bundestagswahl steht bevor, aber auch der Deutschlandtag, das Highlight im JU-Jahr und unsere regelmäßigen Push-Formate. Wir wollen gemeinsam dafür sorgen, dass wir weiterhin die digitalste und innovativste Jugendorganisation Deutschlands sind. Also, wir haben einiges vor und du hast die Skills. Und wenn du Bock hast, vor oder hinter der Kamera mitzumachen, dann bewirb dich jetzt.